Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed UL Unity Und jetzt ist es doch schon ein wenig länger her, denn ich glaube zwei Wochen durfte es jetzt schon fast sein Ne, fast drei, zwei Wochen mindestens Und zwar, ich konnte nicht aufnehmen, weil ich nicht, äh, wegen meiner Stimme, weil ich krank war Und deswegen, und wenn ich extremen Husten anfällt, deswegen musste ich kurz pausieren Und jetzt geht's auch schon weiter mit Unity Und es ist auch schon die letzte Mission, Tatsache Die letzte Mission, der Tempel Jetzt bin ich echt gespannt, wie die wird Alter, letzte Mission Wir sollten uns trennen Ich bin nicht sicher So werden wir nicht gemeinsam erwischt Ich schätze, du hast recht Wir treffen uns drinnen Wenn du ihn erledigen kannst, dann tu es Tschüss Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die Frage ist, der sieht mich nicht. So. Da sind zwei. Und der eine guckt da hin. Kann ich zufällig die eine Rauchmumme genau hier unten hinschmeißen? So. So, kommen die her. Oh, die merken gar nicht, Alter. Schön, die haben nichts gemerkt. Da vorne ist noch einer. Und auch der ist weg. So, gut. Jetzt können wir die erstmal plündern, wenn wir wollen. Wäre schön, wenn wir eine Bombe zurückbekommen würden. Wäre sehr geil. Weil wir haben scheine riskiert. Aber dafür das Bild mit Bravour gelöste einzudringen. Hatte meinen Rachen uns noch echt noch so im Arsch. Aber gut. Schon besser als vor einer Woche. Da war das echtes Reden kaum möglich. Dann sammeln wir mal alles ein. Du hast bestimmt auch noch was, Kollege. Du, Rauchbomben haben wir voll. Dann, wo geht es weiter? Da hoch, ne? Genau. Da hoch geht es. Ich hoffe mal, dass das der richtige Weg ist. Könnte aber sein. Könnte sogar sehr sein, dass das der richtige Weg ist. Denkst du, es wird bald was passieren? Warum fragst du? Der Großmeister wird in letzter Zeit doch Sinn abwissen. Was ihn betrifft, stellt sich... Denn wir sind drin. Alter, scheiße. Das ist natürlich die Frage. Ihr könnt noch quasi da hoch gehen. Da oben alles säubern. Die Frage ist nur... Würde wir uns das was bringen? Schön leise machen. So, schön leise alles machen. Nicht auffallen. Mann, ey, mein Hals. Das war nicht auf, als alles hier für den Arsch, ne? So, die... Werden ja die zwei erledigt. Da hinten kommt keiner nach. Sehr schön. Gut. Noch ein heutiger Schützen hier oben. Oh ja, da. Der ist ein Problem. Kann ich den von hier aus? Ich kann ihn von hier aus. Der andere muss sich umdrehen, damit das klappt. Denn wenn der so auf mich zuläuft, klappt das nie und immer. Das steht fest. Der sieht's nicht, ne? Sind das zwei Schützen da oben? So, der ist weg. Der Schütze. Du bildest dir was ein. Du bildest dir nur was ein. Du hast nichts gesehen. Du bildest dir nur was ein. Ganz ruhig. Dann kann ich den zufällig auch, ne? Bleibst du... Ja, der ist außerhalb der Reichweite. Fuck. So schön hier langschleichen. Dass bald hier oben nämlich alles befreit ist, dürfte nichts mehr wirklich ein Problem darstellen. Die zwei... Wenn der eine unbeobachtet zu mir kommt, kann ich ihn theoretisch erwischen. Der eine von hinten guckt noch. Okay, der war zweit weg. Um das zu sehen. Ist der aber meine Reichweite von dem... Ah, Mist. Dem ist die Schützen, die sehen mich aus... größerer Entfernung noch. Das ist... Headshot. So, der wäre weg. Dann wäre ich noch auch schon da hinten. Du siehst mich nicht. Bis jetzt klappt das eigentlich alles ziemlich gut. Dafür, dass es die letzte Mission ist. So. Dann haben wir das auch erledigt. Gut. So. Wie sieht es denn da da oben aus? Zwei Schützen. Ach, wir gehen direkt aufs Dach. Na gut. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Da wahrscheinlich nicht. Da ist versperrt. Und ab hier in den Heuhaufen rein. Gut. Jetzt sehe ich die hier oben. Sehen wir uns. Und dann... Okay, dann müssen wir eben campen. Dann campen wir halt eben ein bisschen. So, dann komm doch runter. Ach, man. Ach, man. Komm her. So. So, dann ganz schnell hier hoch. Ach, komm. Okay, die sehen uns gerade nicht. Sehr schön. Ach, Mist. Die kriegen uns. Die kriegen uns. Ach, Mann. Komm, wir sind immer einfach ganz kurz. Warum kann ich nicht untertauchen? Ach, Mann, ey. Okay. Okay. Okay, schön ja. Am besten von allen einfach vorbeischleichen. Finde ich die beste Strategie. Das lange, die mich nicht sehen, ist alles gut. Genau, hier hoch. Komm, da hoch musst du doch können. Ach. Komm, aber da hoch musst du können. Oder nur hier an den Türmen. Und natürlich sehen mich ja alle da wieder. Komm, schön hier hoch. Jetzt bin ich sichtbar. Okay, ich bin immer aus seinem Sichtgebiet schon wieder raus. Sehr schön. Dann sind wir auch schon hier oben. Oh, Gott sei Dank. Jetzt steigen wir müssen hier noch. Wohl. Ja, wir müssen zwar hier hoch. Der verlorene Assassine kehrt also zurück. Damit rechnete ich schon, seit Latouche keine Steuereinnahmen mehr sendet. Der Direkter... So, hab dich. Ah, fuck. Ah, fuck, Alter. Alter, was war das? Wie? Was? Alter, was war denn das jetzt? So, und ich haben auch. Aber was war denn das zur Hölle? Alter, was war das? Ein Blitz? Das will ich echt mal wissen, was da war. Ein Blitzstrahl. Ach, du heilige Scheiß. Mit wem legen wir uns denn eigentlich an? Ach, du. Wie komme ich da überhaupt runter? Oh, okay. Das klappt natürlich auch so. Wunderbar. Immer hier oben lang. So, dann da rüber. Oder woher muss ich denn? Scheint mir jetzt, müsste ich da unten rein. Weil das war vor uns zu. Also, jetzt ab hier rein. Worum? Da gang war ja vor uns zu. Also, gehe ich jetzt einfach hier rein. Scheint... Ja, hier konnte ich mich vor uns nicht rein... Ah, Elise. Ah, okay. Wir sind richtig. So. Interagieren wir einfach mal ganz kurz. Das nenne ich ein Wiedersehen. Bleib versteckt. Lass ihn reden. Dachtest du, der Tag würde nicht kommen? Okay. Dass dein Verbrechen ungesühlt bliebe, weil François de la Serre keine Söhne hat, um ihn zu rächen? Rache also. Dein Weg ist genauso getrübt wie der deines Vaters. Du hast vor Dresden. Wie ungetrübt war dein schneller Griff nach der Macht. Ah, das trifft sogar. Geil. Nein, nein, nein. Oh, bitte. Da muss dir schon was Besseres einfallen. Macht. Nein, nein, nein. Du bist doch viel klüger als das. Hier ging es doch nie um Macht. Es ging immer um Kontrolle. Hat dein Vater dir nichts beigebracht? Der Orden wurde zu selbstgefällig. Die Dunkelheit schützt dich auch nicht. Hier bist du. Nein. Bringt das was? Ah. Mann, ey. Was ist denn das? Ah. Versteckt dich ruhig. Das macht keinen Unterschied. So. Ah. Fuck. Einmal. Alter. Echt. Wo ist der? Und? Hab ich dich. Ah. Ich stecke fest. Ian, kommt. Gleich. Ich bin passtfrei. Ich kann ihn schaffen. Kannst du nicht. Nicht allein. Warte auf mich. Oh, schau. Oh, fuck. Komm, schnell. Ah, Mist. Zu spät. Elise. 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 Elise, nein. Papa. Ah. Ah. ascelt. Oh. So, tschüss. Baro, du hast den Schub mir erschlagen. So hast du dir dieses kleine Moralspielchen zurechtgelegt, oder? Oh, ich bin nicht wirklich hier. Ich bin auch nicht wirklich dort. Im Moment verblute ich eigentlich auf dem Boden des Tempels. Aber, wie es scheint, gab uns der Vater des Verstehens etwas Zeit zum Reden. Ein besonderer Favorit von mir.